Kanakai Asana, die Stellung des Yogameisters Kanakai. Ramani zeigt, wie es geht. Ausgangsstellung ist die Hockstellung. Von hier gehst du auf die Zehenspitzen bzw. auf die Fußballen. Du gibst die Knie nach außen und du verschränkst die Unterarme vor dem Bauch und gibst so die Hände zur Seite. Anschließend verneigst du dich nach vorne. Kanakai war einer der 84 Siddhas, der großen Meister, wie sie beschrieben werden in einer bekannten Tradition in Yodpur in Rajasthan. Es ist nicht bekannt, was dieser große Meister tatsächlich getan hat, aber er scheint in tiefer Meditation gewesen zu sein und dafür steht diese Stellung. Die Stellung symbolisiert nach innen gehen. Die Stellung symbolisiert Gleichgewicht, Konzentration und Ruhe. Sie hilft, die Verdauung zu normalisieren. Sie hilft auch, dass du freundlich mit dir selbst umgehen kannst und tiefe innere Balance erfährst. Kanakai Asana gehört zu den Gleichgewichtsstellungen, gehört damit in die gleiche Richtung wie die verschiedenen Prapadasanas und auch wie verschiedene Variationen der Berghaltung. Alle Infos über diese Stellung und alle anderen auf wiki.yoga-vidya.de Eines der ganz großen Lexika, vermutlich das umfangreichste Yoga-Lexikon im deutschsprachigen Bereich.